Willkommen zum 400er Abo-Spezial, beziehungsweise jetzt sind es ja schon mehr Abonnenten. Wir haben hier ein ganzes Display der dicken wilden Hummel, beziehungsweise der wilde Hummel von Nico. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Spezial. Vielen Dank. Da soll mir noch jemand sagen, Klasse 1 macht keinen Spaß. Ich hoffe, das war eine schöne Einleitung bis zum zweiten Teil, bis gleich. So, jetzt ein Ölberfächer Sahike auf Standfuß. Viel Spaß. Ich hoffe, der Autofokus macht mit. Ich hoffe, der Autofokus macht. Ich hoffe, der Autofokus macht. Ich hoffe, der Autofokus macht. Okay. Das war schon mal schön. So, weiter geht's zum letzten Teil. Bis gleich. So, jetzt der letzte Teil vom Abo-Spezial. Die drei Bombenrohre gleichzeitig gefächert und los. Der will mich halt echt verarschen. Okay. Dann nicht gefächert. Wir versuchen so zu machen. Ich weiß gerade nur nicht, welche Kanäle das sind. Tut mir leid, Leute. Einer fehlt noch. Okay. Ja. Sorry, Leute. Aber irgendwie hat der letzte Knopf von der Anlage nicht funktioniert, der alle feiert. Also alle feiert. Also alle feiert. Äh. Nun ja. So. Als Entschuldigung, weil die Bombenohren nicht geklappt haben, kommen zwei Strobos, der rote und der Gründlich. Nicht wahr. So. 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 Dann können wir Okay, also danke nochmal Leute an über 400 Abonnenten.